Nun, gesegnete Leute, in der Radiostation stellt sicher, dass ich deutlich zu hören bin. Wenn es nicht deutlich ist, schaltet ihr es ab, denn dies ist sehr, sehr kritisch. Dies muss sehr, sehr gut übertragen werden. Es ist jetzt deutlich. Und nun, gesegnete Leute, heute ist der 20. November. Der 20. November, das Jahr 2023. Der 20. November, das Jahr 2023. Und der Herr, der Allmächtige, hat in einer sehr, sehr enormen Weise mit mir gesprochen, in einer sehr mächtigen Weise, in einer sehr besonderen Weise, in einer sehr extraordinären Weise. Und dies ist vor wenigen Stunden passiert. Es ist an diesem Morgen zwischen 6 und 7 Uhr am Morgen heute geschehen. Vor nur wenigen Stunden. Dies ist gerade an diesem Morgen passiert. Vor nur wenigen Stunden, gesegnete Leute, sah ich den Herrn. Und dies muss jetzt alles, was ihr geschehen seht, in diesem Dienst, in dieser großen Bewegung Gottes auf dem Angesicht der Erde verankern. Es hilft euch jetzt zu verankern, warum die Krüppe aufstehen, warum ganze muslimische Dörfer überqueren Jesus empfangen, ihre Krüppe stehen auf, und sie empfangen Christus. Und sie beten jetzt Jesus an, und sie verkünden Jesus, sie sagen, wir hatten Recht. Unser Gott, der Gott, der Megapropheten des Herrn. Warum kommen jetzt die Muslime heraus, um Jehova zu preisen? Dies ist dazu da, zu verankern, was ihr in Brasilien passieren gesehen habt. Und überall auf der Welt, vor nur wenigen Stunden, habe ich den Herrn gesehen. Und ich möchte diese Unterhaltung beschreiben. Und man hört uns jetzt sehr deutlich im Radio, also die ganze Welt sollte dies verstehen. Dies ist sehr kritisch und sehr wichtig. In dieser enormen Vision des Herrn gab es ein Treffen. Es gab ein Treffen, die Jugend war dort, sie empfingen Christus, Erweckung. Und eine der Töchter des Herrn sprach zu mir und sagte, Oh ja, mein Vater hat eine kleine Gemeinde. Sie haben dir auch gefolgt. Wir möchten uns auch dir unterordnen. Lass mich mit meinem Vater sprechen. Er hat sich danach gesehen, sich dir zu unterordnen, denn wir wissen, du bist die Stimme des Herrn. Also es gab diese Unterhaltung, die stattfand. Es war ein großes Treffen. Und dann gab es auch ein großes Erweckungstreffen. Gruppe gingen, Blinde konnten sehen. Ereignisse, die stattfinden, wenn Gott mich an einen Ort sendet. Der Megabesuch fand statt. Der Besuch von dem Herrn Gott, Jehova selbst. Und nach all diesem, sagte diese Tochter jetzt, sogar diese andere Gemeinde, sogar die Gemeinde ihres Vaters ist überquert. Sie hat sich deiner Stimme unterordnet, denn dies ist die Stimme des Herrn. Sie haben es eine lange Zeit mitverfolgt. In diesem Kontext, während Erweckung stattfand, überquerten viele Gemeinden. Sie unterordneten sich der Stimme des Herrn. In diesem Kontext, es war in diesem Kontext, dass der Herr mich plötzlich dazu brachte, hoch in den Himmel zu schauen. Und als ich hoch in den Himmel schaute, von weitem, von der weitesten Stelle am Himmel, die Herrlichkeit, ich sah, wie die Herrlichkeit des Herrn kam, wie eine riesige Sonne aus einer Entfernung. Erinnert euch, reine weiße Herrlichkeit des Herrn kam, wie eine Sonne. Sie kam, wie die Sonne, von weit weg. Ich sah, wie er von sehr weit weg kam. Und als er den Horizont betrat, hier oben, den Raum über der Erde, dann war die Herrlichkeit riesig. Es war jetzt nicht mehr wie ein Ball. Es hat die ganze Ausdehnung über dem Himmel bedeckt. Und als er über den Himmel ging, als er am Himmel ankam, dann drehte er sich um und die Herrlichkeit folgte ihm. Also konnte ich jetzt den Herrn sehen. Ich konnte die Krone auf seinem Kopf sehen. Und er drehte sich und die Herrlichkeit floss um ihn herum. Und dann, in diesem Moment, als er stoppte, hob er seine rechte Hand. Er hielt an am Himmel und hob seine rechte Hand. Und dann rief er seine Braut. Und in vielleicht Nanosekunden, unmessbare Zeit, wurde die Gemeinde genommen und es war fertig. Sie gingen zurück nach oben. Aber er hielt an am Himmel. Er hielt an am Himmel. Und er hob seine rechte Hand. Er hob sie so hoch, mit seiner Krone auf dem Kopf, mit der goldenen Krone. Und als er seine rechte Hand hob, rief er dann seine Braut. Und in einer Zeit, einer unmessbaren Zeit, in einem Blitz, wurde die Gemeinde genommen und sie ging und verschwand. Sogar die Weise, wie sie verschwand, war so schnell, mit der Herrlichkeit. Also ich habe das Kommen des Messias gesehen, gesegnete Leute. Dies ist sehr ernst, was der Herr gesagt hat, am 20. November. Sehr, sehr ernst. Sehr ernst gerade, gesegnete Leute, was der Herr Jehova an diesem Morgen gesprochen hat. Vor nur wenigen Stunden habe ich den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Vor nur wenigen Stunden gesegnete Leute, was der Herr gesprochen hat, ist sehr groß, sehr enorm, sehr mächtig. In anderen Worten, der Herr sagt, es wird eine Realität werden. Das Kommen des Messias wird endlich realisiert werden. Seitdem der Herr uns auf diese Mission gesandt hat, die zwei mächtigsten, größten, Propheten von Yahweh, von dem Regen, von der Wolke, der Prophet, von den Krüppeln, die gegangen sind, die Blinden, die gesehen haben, seitdem er uns gesandt hat, erinnert ihr euch, dass die Unterhaltung über das Kommen des Messias sehr konstant gewesen ist, ununterbrochen. und dies ist jetzt der Höhepunkt, den ich sah, wie er sie nahm. Es gibt dort auch eine große Botschaft, dass er die Gemeinde nehmen wird und ich mit der Botschaft, mit der Mission weitermachen werde. das Buch Johannes, Kapitel 14, Vers 1, er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Zum allerersten Mal offenbart der Herr sich als Gottheit. er akzeptiert die Anbetung, erinnert euch, ich sagte, am Thron von Gott im Himmel saß er im Zentrum des Thrones und das ganze Universum betete ihn an, die gleiche Anbetung, wie sie Gott dem Vater geben. Wenn ihr die Zeit bekommt, Offenbarung, Kapitel 5 zu lesen und er sagt hier in Johannes 14, Vers 1, ab Vers 1, er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Er stellt sich gleich mit dem Ewigen. Er offenbart jetzt selbst, dass er Gott ist, seine Gottheit. In Vers 2 sagt er, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, dass ich hingehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Ich gehe dorthin, um einen Platz für euch vorzubereiten. Er nennt den Himmel seines Vaters Haus. Das bedeutet, wir haben einen Vater. Er sagt uns, in einer Welt, wo es gerade keinen Vater gibt, der gut genug ist, um dich zu beschützen, ob man die meisten in der Welt mit ihren Vätern, es ist, sie können ihre Rolle als Vater nicht gut erfüllen. und er sagt, die Christen, die wiedergeboren sind, gerecht und heilig, er sagt, ihr habt einen Vater, egal wie verkrüppelt ihr seid, wie krank ihr seid, ihr habt einen Vater, der euch tröstet, der euch ewige Sicherheit gibt und euch von Krankheit und Tod entfernt. und wie wunderbar, wie wunderbar, dass wir einen Vater haben. Und er sagt, im Haus des Vaters hat er einen Ort für uns, einen Raum für uns. Das ist, was er sagt in Vers 3. Er sagt, in Vers 3, dass er hingehen wird, um einen Platz für uns vorzubereiten, und dann wird er zurückkommen. In Vers 3 sagt er, wenn ich hingehe, um einen Ort für euch vorzubereiten, dann werde ich zurückkommen und euch nehmen, damit ihr auch seid, wo ich bin. Das ist die Verherrlichung direkt dort. Er verspricht, ich komme, um die Gemeinde zu entrücken, und ich komme, um euch zu verherrlichen. Das Versprechen der Verherrlichung, das er in der Schriftstelle dargelegt hat, und das er mit meinem eigenen Mund gesprochen hat. Als ich meine Propheten gesandt habe, haben sie dies in den Augen einer sehr sündhaften Generation gezeigt. Sie wurden verklärt, um eine verdorbene Generation zur Herrlichkeit zu zeigen, hinzuweisen. Nochmals, um euch zu verstehen zu geben, dass euer Fokus die ewige Herrlichkeit sei sollte, die niemals vergeht, die Sicherheit bringt. Er verspricht hier bei der Entrückung, wenn er hochging, um einen Ort für euch vorzubereiten, dann wird er zurückkommen, um euch dorthin zu nehmen, wo er ist. Und an diesem Morgen hat er mir gesagt, dass diese Stunde zu kommen und euch dorthin zu bringen, wo er ist, diejenigen, die wiedergeboren, wo dieser Stimme untergeordnet sind, er sagt, diese Stimme ist nah, diese Stunde ist nah herbeigekommen. man kann die Eile fühlen, die Dringlichkeit in der Unterhaltung. Ich habe den Herrn vor wenigen Stunden gesehen, wenn man es in Minuten umwandelt, vor wenigen Minuten. Ich habe an diesem Morgen den Herrn gesehen, gesegnete Leute, was für eine großartige Generation, dass einer vortreten kann und sagen kann, ich habe den Herrn gesehen. Man liest es in den Schriften. Aber diejenigen, die gesagt haben, sie haben gesehen, wie er kommt, sie haben gerade Krüppel erhoben in Kenia, überall, als Beweis, dass sie vom Himmel sprechen. Und nun der Messias kommt und das ist das gleiche Versprechen, das er in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 18 gibt. Also diejenigen, die weise sind, dies ist die Stunde für Buße, dies ist jetzt die Stunde zu gehorchen und Rebellion aus eurem Leben zu entfernen. Es wird euch ewig verletzen. Schaut, was in Israel passiert. Nur der Vater kontrolliert die Zeit. Ihr könnt nicht sagen, oh, du musst zuerst nach Indien gehen. Nein, Gott ist souverän. Er kann alles verändern, jederzeit, wie er möchte, damit es zu seiner prophetischen Agenda passt. ist, deshalb möchte ich die Leute jetzt zum Herrn leiten. Bereitet den Weg vor. Diejenigen, die den Herrn jetzt empfangen wollen, wiederholt nach mir, sagt, mächtiger Herr Jesus, ich habe dein Wort gehört und ich habe die Botschaft empfangen, die du an diesem Morgen der Erde gegeben hast, am 20. November 2023, dass der Messias kommt und wir bereit sein müssen. Und deshalb tue ich Buße für meine Sünden heute und kehre ab von der Bosheit und Schlechtigkeit und lehne Sünde ab. Und ich empfange dich, mein Herr Jesus, in mein Herz. Ich empfange dich mit Dankbarkeit und Demut und Ehrfurcht und Ehre als meinen Herrn und der Retter. Herr, etabliere Heiligkeit und die Furcht Gottes in meinem Leben und gebrauche mich, um viele weitere Menschen zu erreichen, damit sie Christus Jesus empfangen, von Nazareth, unserem einzigen Herrn und der Retter. Herr, bringe mich dazu, dass ich standhaft bin. Behalte meine Augen auf den Himmel gerichtet. Möge meine Augen auf den Himmel gerichtet sein. Entferne alles, was Gleichgültigkeit, Selbstgefälligkeit in meinem Leben darstellt und bringe mich dazu, 24 Stunden, sieben Tage die Woche bereit zu sein, mein Leben so zu leben, als könntest du in jeder Sekunde von jetzt an ankommen, in jeder Sekunde von jetzt an. Ich empfange dich, mein Herr Jesus, und ich preise dich für Golgatha. Ich empfange das Geschenk des ewigen Lebens, das du mir auf Golgatha gegeben hast und bitte dich, mein Herr Jesus, meinen Namen im Lebensbuch des Lammes zu bewahren. Bewahre ihn dort, damit an diesem Tag, wenn ich in die Herrlichkeit komme, ich Gemeinschaft mit dir habe, darüber, wie viele Leute ich zu Jesus geleitet habe und wie ich dich den Leuten vorgestellt habe. Im mächtigen Namen von Jesus bin ich wiedergeboren. Amen. Der Herr hat gesprochen in einer sehr schockierenden Weise, gesegnete Leute. Ich habe den Herrn heute gesehen, vor nur wenigen Stunden, wenn man es in Minuten umwandelt, vor nur wenigen Minuten. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe gesehen, wie er am Himmel kam mit seiner Herrlichkeit und dann drehte er sich und er drehte sich nach rechts und die Herrlichkeit floss über den Himmel und er hob seine rechte Hand. Er trug die goldene Krone und er nahm die Braut und er ging in einer Zeit, die man nicht messen kann. Sie sind verschwunden in den Himmel. Hat der Herr euch nicht gewarnt? Was für eine großartige Zeit. Wir feiern. Die Freude der Erweckung hat das Land erschüttert. Die Muslime kommen endlich zu Jesus. Die Krüppe gehen kostenlos und alle Christen feiern den Besuch Gottes und zu solch einer Zeit kündigt man an, dass der Messias kommt. Der König kommt. Gesegnete Leute, lasst uns weiter feiern. Die Tatsache, dass der König kommt, er kommt, um euch zu retten. Egal wie schlimm die Erde ist, er kommt, um euch in die ewige Sicherheit ewige Herrlichkeit, in das ewige Königreich, in das ewige Leben, in die ewige Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Nichts wird euch mehr antasten. Keine Krankheit, kein Tod, keine Sünde, keine Begierde, damit ihr in den heiligen Wohnungen leben könnt, die ich gesehen habe, im neuen Jerusalem. Also stellt sicher, dass ihr Heiligkeit und Gerechtigkeit aufrechterhält und geht keine Risiken ein in Bezug auf eure Ewigkeit. Der Messias kommt. Danke.